Liebe Studierende, herzlich willkommen zur 10. Lerneinheit, oder besser gesagt zum Interview der 10. Lerneinheit, die den Titel trägt Selbstbegünstigungsmechanismus. Und gemeinsam mit Herrn Dr. Sollte wollen wir die beiden Vortragsepisoden aufgreifen und einige Sachen noch etwas genauer herausarbeiten. Herr Sollte, in der ersten Episode geht es um das Arsenal legaler Plünderungen und Sie geben uns da ja einen ganz interessanten Einblick. Kann ich das so ein bisschen zusammenfassen, dass das Spiel darum geht, vor den Steuern, nach den Steuern für Unternehmen zu optimieren? Ja, das ist ein Element dieser, ja, das ist nicht mal scherzhaft gesagt, legalen Plünderungsmechanismen. Also es geht darum, mit welchen Mechanismen kann eine Finanzabteilung über Gestaltung erreichen, dass sie letztendlich weniger Steuern zahlen muss, als es die jeweils nationalen Gesetze, in denen ihr Unternehmen ihr Sitz hat, was die eigentlich an üblichen Steuerzahlungen so erwarten. Und es ist teilweise wirklich so, tatsächlich so, dass die Güte von Finanzabteilungen in den großen Konzernen genau danach beurteilt, mit danach beurteilt wird, was ist die gesetzlich geforderte Quote und wie viel zahlen wir wirklich unter Ausnutzung von legalen Mechanismen. Also nicht illegalen Mechanismen, sondern wir reden ganz bewusst nur über die legalen Gestaltungsmöglichkeiten in dem internationalen System. Da liegt die Frage ja nahezu nachzuhaken, wie wieder Zahlen aus sind. Können Sie da uns Zahlen anbieten? Ja, konkrete Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen. Ich kann Ihnen nur Aussagen von der OECD wiedergeben, die für die G20 hier das Thema aggressive Steuerplanung mal ausgearbeitet haben. Und da gibt es eine Aussage von den OECD, die besagt, dass gegenüber den üblichen Steuerquoten bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die so weltweit in etwa bei 25 bis 30 Prozent vom Gewinn liegen, man bei großen transnational, also global tätigen Unternehmen, die auch global vernetzt ihre Standorte haben, dass man da in etwa in Relation zu dem, was kleine und Mittelständler machen, dass man da in etwa von fünf Prozent ausgeht. Das ist ja doch eine große Diskrepanz und benachteiligt die KMUs extrem. Extrem. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, das ist vollkommen richtig und es ist eben schade, dass es in Teilen gelungen ist, selbst bei Maßnahmen, die man von politischer Seite aus versucht hat, also ein Stichwort ist da die Zinsabschlagsteuer, dass man hier es geschafft hat, die kleinen und Mittelständler mit in den Chor der Stimmen einzugliedern, die sagen, keinesfalls eine solche Steuer. Sind die ein bisschen instrumentalisiert worden? Kann man das so sagen? Aus meiner Sicht sind die letztendlich instrumentalisiert worden und viele sind sich dessen gar nicht bewusst gewesen, dass wenn sie für die Zinsabschlagsteuer in der härteren Variante gewesen wären, dass sie indirekt profitiert hätten. Nicht direkt, weil direkt hätte es natürlich auch Auswirkungen auf sie gehabt, aber dadurch wären gewisse Umgehungen gar nicht möglich gewesen und in Summe hätten die öffentlichen Hände mehr Einnahmen gehabt und hätten dann entsprechend etwas an Entlastung weitergeben können bzw. das Gemeinwesen besser ausbauen können für bessere Wertschöpfungsmöglichkeiten. Ja. Sie haben ja ein sehr positives, sehr sympathisches Verständnis von Steuern. Sie nennen es den Clubbeitrag zur Wertschöpfung. Das ist ja nicht das allgemeingültige Verständnis, sondern im Allgemeinen werden Steuern als Belastung empfunden. Ja gut, ich rede ja aus Sicht eines Wissenschaftlers, der den Ordo-Liberalismus vertritt. So und dem Ordo-Liberalismus ist klar, dass man das Gemeinwesen über eine faire Abgabe finanzieren muss. So und ich habe das ja auch an anderer Stelle, vielleicht noch nicht deutlich genug, mit einem Bild dargestellt. Und dieses Bild, also das Bild nehme ich immer den Golfclub. So dieser Golfclub, weil in diesem Golfclub kann man nur Golf spielen, wenn man für die gesamte Infrastruktur sorgt. Da muss es die Räumlichkeiten geben mit den Duschen, dass man sich umziehen kann und duschen kann und das Green, das muss immer wunderbar gehalten werden, weil sonst kann man gar nicht Golf spielen. So und die Frage ist doch, wer zahlt da welchen Beitrag, damit diese grundsätzlich notwendige Infrastruktur, dieses Gemeinwesen, was wir Golfclub nennen, wer bezahlt dafür wie viel. So und ich als Ordo-Liberalist finde es fair, wenn man nach ökonomischer Leistungsfähigkeit seinen Clubbeitrag bezahlt. Das heißt, ich fände es fair, wenn der der wohlhabende Golfspieler, obwohl er vielleicht nur dreimal im Jahr Golf spielt, wenn der einen weitaus höheren Beitrag als Clubgebühr entrichtet, als der Student oder der Schüler, der sehr, sehr häufig den Golfplatz benutzt, aber der eben nicht so ökonomisch leistungsfähig ist und der ja erstmal mitnutzt, was andere mit aufgebaut haben. Ich bin nicht dafür, dass man hier eine Flatgebühr für die Nutzung bezahlen muss, sondern ich bin für eine progressive Besteuerung und für mich ist die progressive Besteuerung der Clubbeitrag, dass ich in einem wohlhabenden Land wie Deutschland dieses Gemeinwesen nutzen darf. Die Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit, das haben wir nachher auch nochmal an anderer Stelle. Lassen Sie uns das Augenmerk auf die zweite Vortragsepisode richten. Und zwar geht es da um die Maßnahmen zur Stabilität in drei Bereichen. Zum einen im Steuersystem, im Accounting und bei den Finanzprodukten. Es wird schon deutlich in der Vortragsepisode, dass diese drei Bereiche ineinander greifen und dass die Maßnahmen auch aufeinander abgestimmt werden müssen. Beim Steuersystem heben Sie ganz klar hervor, dass die Steuerharmonisierung, die weltweite Steuerharmonisierung eigentlich der Schritt ist, der ansteht, um da eine Stabilisierung des Weltfinanzsystems vorzunehmen? Es wäre, sagen wir mal, eigentlich der sinnvollste Schritt, weil dann hört dieser Steuerwettbewerb der Nation untereinander auf. Das ist so, als wenn man sagen würde, zwei Golfclubs und die senken immer weiter, senken die ihre Clubgebühr. Nur damit sie genügend Mitglieder in ihren Club bekommen, damit die alle irgendwie ein bisschen weniger zu zahlen haben. Aber möglichst sollen alle in den Club. Da merkt man schon, das wird zu voll in dem einen Club und hinterher trampeln alle auf dem Green rum. Es wäre viel sinnvoller, wenn man gewissermaßen die Clubgebühren gleich macht und dann können alle Clubs eben prosperieren und man hat es dann einfach insgesamt viel besser. Und da sitzt der größte Hebel, der größte Ansatzpunkt, um die Fairness herzustellen bei der Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlagen, weil dann nimmt man sich nicht gegenseitig etwas weg. Ja. Für wen wäre das eine Aufgabe? Das ist leider eine Aufgabe, die eben global in Angriff genommen werden müsste. In der Episode hatte ich angedeutet, von den G20-Staaten beziehungsweise von einer größeren Gruppe sind die OECD damit beauftragt, hier mal sich Maßnahmen zu überleben. Das sind die, die das Thema aggressive Steuerplanung ausgearbeitet haben. Und in der OECD sind die größten Wirtschaftsnationen dieser Welt vertreten. Das sind die G7, G8 drin. Da sind aber auch die sich entwickelnden Länder drin. Die OECD repräsentiert in etwa 1,2, 1,3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und die haben das Thema in Angriff genommen. Die OECD machen Empfehlungen. Und dann ist es so, dass die Steuerhoheit etwas ist, was die Nationen bisher nie abgeben wollen. Auch wir haben dasselbe Problem schon alleine in Europa. Also selbst in Europa haben wir diesen Steuerwettbewerb. Und man tut sich unheimlich schwer in Europa an dem Steuersystem zur Harmonisierung zu kommen. Ein aktuelles Beispiel ist diese Finanztransaktionssteuer. In Steuerfragen ist es in Europa so, dass man dort die gesamte Einheitlichkeit haben muss. Und wenn es die Einheitlichkeit nicht gibt, die einheitliche Meinung, dann haben sie nur noch die Möglichkeit, im Rahmen einer Sonderausnahmegenehmigung etwas auszuprobieren. Das ist, wie man so sagt, in der Zeitung der Club der Willigen. Und deshalb gibt es bei der Finanztransaktionssteuer, auch wenn überhaupt, dann keine gesamte europäische Initiative, sondern man hat es geschafft, zumindest einen Club der Willigen zusammenzuholen, um diese Ausnahmeklausel zu nehmen. Steuerthema ist ein ganz heikles, ganz schwieriges Element. Also können Sie nicht mal sagen, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass da so quasi der Trend in die Richtung geht? Doch, ich bin äußerst positiv an der Stelle, weil es mittlerweile angekommen ist und ein sehr vehement verfolgtes Thema in der Politik ist. Also Sie brauchen nicht Sorgenfalten auf der Stirn zu haben. Ich bin nicht auf dem Trip, dass ich hier sage, alles ist nur pessimistisch oder so. Keinesfalls, sondern man hat es jetzt erkannt. Das ist doch der erste Schritt, um dann auch Maßnahmen einzuleiten, das zu verfolgen. Selbsterkennung ist der erste Schritt zur Besserung. Dann lassen Sie uns kurz auf das Accounting noch mal schauen als zweiten Bereich. Da geht es ja vor allem darum, wieder Haftung ins System zu bringen. Und was ich da spannend fände, ist mal eine Rückmeldung von einem Investor. Von einem Investor kann ich Ihnen keine Rückmeldung an der Stelle geben, aber das Witzige ist, ich habe mal auf einer entsprechenden Veranstaltung im Vatikan, die ist vorangetrieben worden von einem Kardinal Turkson, der ja einer der Kandidaten für den Papst gewesen ist. Der hat dieses Thema Finanzmarkt vorangetrieben und ich durfte auf einem Workshop teilnehmen und dort habe ich den Chef getroffen, dieses IAS Committee Foundation, der ja für diese internationalen Regelsetzungen zuständig sind. Und in dem ja dieser ganze Asset Liability-Ansatz und so weiter alles vorangetrieben wird, internationale Regelsetzungen. Und ich habe ihn direkt angesprochen. Ich habe ihn da getroffen, ich habe ihn angesprochen, ich habe gesagt, wie sieht es denn aus, also wir haben ja da diese und jene Probleme. Ich habe ihm gesagt, ich nenne das ja manchmal in meinen Vorträgen die schlimmste Massenvernichtungswaffe im Weltfinanzsystem. Und ein sehr sympathischer Typ, ganz entspannt hat er mich angesehen und hat gesagt, Mr. Solte, please don't blame those who built the weapon. Also er hat mir einfach zu erkennen gegeben, bitte, sagen wir mal, klagen Sie nicht die an, die die Waffen bauen, sondern es sind andere, die damit schießen. Und das ist, sagen wir mal, die Rückmeldung, die ich dabei bekommen habe. Das ist ja auch das, was Sie immer wieder in den Vortragsepisoden und auch in den Interviews nennen, dass es um legale Gestaltungsmöglichkeiten geht, beziehungsweise Sie nennen das aggressive Steuerplanung. Aber es ist im gesetzlich zulässigen Rahmen. Es ist nicht, dass ich die so nenne, sondern das ist der offizielle Begriff. Das ist der offizielle Begriff in der OECD, im Sprachgebrauch der Staaten, ist der offizielle Begriff aggressive Steuerplanung, weil es sich um legale Dinge halte oder um diesen Chef eben in dem Umfeld, soll man mit nochmal zu zitieren? Es ist eben so, er sagt, das sind eben Instrumente, mit denen kann man auch gute Sachen machen, man kann sich auch verteidigen. Und es hängt nur davon ab, ob es auch jemand benutzt, um etwas Schlimmes damit zu machen. Ja, also er sagt, meine Verantwortung ist, sagen wir, die ganzen Instrumente so zu machen, dass sie auch gute Dinge machen können. Und es obliegt dann den anderen, ob sie die in einer guten oder in einer schlechten Absicht nutzen. Das ist die Zuordnung von Verantwortung. Oder Sie können auch sagen, die gegenseitige Abschiebung von Verantwortung. Ich meine, in so einer Welt leben wir ja nicht nur an der Stelle. Nee, das Prinzip lässt sich durchaus auch in anderen Bereichen aufzeigen und diskutieren. Ja, gerade auch bei der ökologischen Nachhaltigkeit. Wir haben an der Stelle noch den dritten Bereich, in dem es Maßnahmen gibt zur Stabilisierung des Weltfinanzsystems. Und zwar geht es da um die Finanzprodukte selber. Und da haben Sie an der Stelle neu für unsere Studierenden die Schwellgeldsteuer eingeführt, beziehungsweise die Idee der Schwellgeldsteuer. Da sind wir nämlich dann auch wieder bei der Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit. Da war die Überlegung, dass diejenigen, die Schwellgeld erzeugen, in Abhängigkeit ihrer Leistungsfähigkeit direkt bei der Erzeugung, Erstellung des Schwellgeldes einen Abschlag zahlen, weil sie mit dem Erstellen von Schwellgeld das System instabilisieren. Das lässt sich so zusammenfassen. Das haben Sie wunderbar zusammengefasst, das ist genau richtig. Und ich finde, das wäre sogar auch ein, also deshalb habe ich diese Steuer auch genauso konzipiert und diese Abgabe. Ich finde, das ist sogar ein Beitrag zu all denen, die ja immer sagen, dass in einer Marktwirtschaft und auch selbst die, die sagen, in einer absolut freien Marktwirtschaft geht es ja darum, um Chancengleichheit und Fairness. So und meines Erachtens ist es unfair, wenn ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, wenn es ein Kredit gewährt bekommen will, hohe Zinsen zahlen muss, einfach weil es nicht ganz so ökonomisch leistungsfähig ist und ein großer, starker, ich sag mal Gorilla, wenn der einen Kredit gewährt bekommt und nur wenig Zinsen zahlen würde. Und deshalb ist die von mir konzipierte Finanzproduktsteuer auch so, dass sie selbst in einem völlig freien Markt ein Instrument wäre, um tatsächliche Chancengleichheit herzustellen, was ja die Protagonisten von freien Märkten ja so gerne immer für sich in Anspruch nehmen. Nun ist es ja an der Stelle bisher nur eine Idee. Wen sehen Sie denn da als Verantwortlichen? Wer könnte denn so eine Schwellgeldsteuer einführen, erheben? Also in der jetzigen Phase und auch schon in den Jahren zuvor wäre für mich der natürliche Treiber die G20. Die Gruppe der G20 sind schon nach der Argentinienkrise 98 sind die in Gang gesetzt worden, gerade zum Thema Finanzmarktstabilisierung. Und die G20 haben bisher auch diesen Prozess getrieben. Und die G20 haben, also das ist die Gruppe der leistungsfähigsten Ökonomien, zusätzlich noch einige Schwellenländer eben dabei, die größten. Und die haben beispielsweise auch den internationalen Währungsfonds beauftragt, die tieferen Analysen durchzuführen und Empfehlungen zu machen. Und die könnten das machen. Und es deckt sich ja, ich habe das durchaus schon erwähnt, mit einem Vorschlag der IWF. Die Erfahrung, die ich nur leider gemacht habe, ist, dass auf vielen Ebenen und auch auf Ebene der Politik der Unterschied zwischen Transaktionssteuer und dieser Produktsteuer, die das IWF seinerzeit Financial Stability Contribution genannt hat, der Unterschied dieser Art Steuer und einer Transaktionssteuer, der ist vielen leider auch auf politischer Ebene nicht bekannt. Und manche Politiker, die ich getroffen habe, die zuständig sind, die wussten gar nicht, dass der IWF auch den Vorschlag der Financial Stability Contribution gemacht hat. Es ist da eine Bewusstseinslücke möglicherweise vorhanden. Worin liegt der Unterschied? Der Unterschied besteht darin, dass die Finanztransaktionssteuer, obwohl sie manchmal als Umsatzsteuer benannt wird, in Wirklichkeit eine Grunderwerbsteuerartige Steuer ist. Also wann bezahlt man bei uns eine Grunderwerbsteuer? Wenn ein Haus, was schon da ist, an einen anderen weiter veräußert wird. Dann wird eine Grunderwerbsteuer fällig und keine Mehrwertsteuer. Eine Mehrwertsteuer wird dann fällig, wenn ein Haus neu gebaut wird. Und genau das ist der Unterschied zwischen Finanztransaktionssteuer und Finanzproduktsteuer. Die Finanztransaktionssteuer ist gewerbesteuerartig und die Finanzproduktsteuer ist umsatzsteuerartig. Aber Sie haben schon gerade gemerkt, und es ist auch immer wieder verwirrend, die Menschen, viele Menschen meinen, die Finanztransaktionssteuer wäre eine Umsatzsteuer, weil ja der Handel besteuert wird. Das ist das Schwierige. Es wäre besser, wenn man Mehrwertsteuer statt Umsatzsteuer nennt. Dann habe ich jetzt hier als letzte Frage für dieses Interview noch zu stehen, ob man denn die spekulativen Investments erkennen kann, so einfach erkennen kann. Gibt es sowas wie einen Finanztüff? Weil das ist das, was ich jetzt bisher mitgenommen habe. Es geht um Instabilität des Weltfinanzsystems durch beispielsweise spekulative Investments. Und wenn man die ganz einfach anhand einer 1, 2, 3, 5-Punkte-Checkliste ausfindig machen könnte, ließe sich das ja sehr viel stärker begrenzen. Ja gut, Sie haben einen Begriff dabei in Ihrer Frage verwendet, der ja durchaus von einzelnen Gruppen vorangetrieben wird, ein TÜV. Ich halte diesen Finanztüff durchaus auch für sinnvoll, weil es manche Finanzprodukte gibt, bei denen kann man erkennen, was die Intention ist. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Credit Default Swap, der ist gestaltet worden als Versicherung für einen Kreditausfall. Man kann das erkennen. Mein Argument wäre jetzt, ein Finanztüff muss erkennen, dass es eine Versicherung ist. Dann gehört es auch draufgeschrieben, dass es eine Versicherung ist. Und dann gehört es auch in die Regulierung von Versicherung. An der Stelle ist ein Finanztüff eine sinnvolle Institution, die so etwas erkennen kann. An vielen Stellen, ich sage mal bei einem normalen Kredit, können Sie aber nicht direkt den letztendlich gültigen Investmentzweck erkennen, weil es ja sein kann, dass es eine ganze Kette von Special Purpose Vehikeln gibt, bis man da hinkommt. Und das heißt, bei vielen Finanzprodukten können Sie nicht erkennen, ob die eben, sagen wir mal, spekulativ sind oder nicht. Und deshalb ist da für mich der Finanztüff einfach nicht adäquat. Und deshalb habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie man spekulative Investments dämpfen kann, ohne dass man es erkennen kann, ob es spekulativ ist. Indem ich Kosten darauf setze. Ja, und das würde mit Ihrer Idee der Schwellgeldsteuer gehen. Genau, weil dann werden manche, manche Erstellung von Finanzprodukten, die sich bislang nur rechnen, weil derjenige, der es tut, ökonomisch so leistungsfähig ist, die würden ja mit einem zusätzlichen Kostenfaktor belastet. Und dann lohnt sich schlichtweg manches Investment spekulativ in dieser Art nicht mehr. Und dann wird es eben aller Voraussetzung nach unterbleiben. Ja, wenn die Transaktionskosten, die Erstellungskosten für das Schwellgeld den möglichen Profit übersteigen, dann lässt man es doch. Es wäre ein Versuch wert. Das meine ich auch. Und der IWF meinte es ja auch. Ja. Wir werden sehen, ne? Noch ist nicht aller Tage Abend. Herr Doktor Sollte, ich darf mich bedanken an der Stelle. Wir sehen uns gleich nochmal. Wie immer gerne gemacht. Wir sehen uns gleich nochmal im Interview zur 11. Lerneinheit. Und an der Stelle wollen wir uns auch von Ihnen verabschieden. Tschüss. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich.